Herzlich willkommen bei Autohausbismann. Sie sehen hier einen sofort lieferbaren Ford C-Max Style Ebony mit der 1,6 Liter TI-VCT Maschine mit 85 kW oder 115 PS. Die Komfortausstattung umfasst elektrische Fensterheber, eine automatische Klimaanlage, Tempomat, abgedunkelte Scheiben hinten, elektrische Spiegel, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Fußmatten und Einzelsitze hinten. Für ihre Sicherheit stehen ABS und 4 Airbag parat, 16 Zoll Leichtmetallfelgen, ein Reserverad Notrad, Nebellampenfahne und die Servolenkung. Zur Unterhaltung verfügt dieser C-Max über ein CD-Radio, Sony MP3 mit Lenkradbedienung und externem AUX-Anschluss. Als Ford-Händler bieten wir Ihnen dieses Fahrzeug auch im Rahmen der Ford Flatrate an. Sie erhalten dabei kostenlos 4 Jahre Garantie und 3 Inspektionen. Besuchen Sie uns in Kirchangolanden, gerne auch Samstags bis 17.30 Uhr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017